In the early 1900s, he proposed an incomplete engine cycle in which gas compression is a combination of an expansion event and a compression event, both taking place simultaneously for the expansion, provides the energy for the compression. Also Jacob Wainwright forderte das zweite Gesetz der Thermodynamik heraus in den Anfang 1900s und schlug vor, dass ein nicht vollständiger Motorzyklus, in dem Gas komprimiert wird, eine Kombination darstellt von Expansion und Kompression. Und beide finden gleichzeitig statt, während die Expansion die Energie für die Kompression liefert. This establishes a pressure difference inside the engine, which is discharged by extraction of work. This is the literature that was produced by Jacob Wainwright in 1902. Also 1902 erstellte dieser Jacob Wainwright diese Grafik. This is a cylinder with two pistons in it. Also das stellt ein Zylinder dar mit zwei Kolben. In the center is a diaphragm that transfers heat back and forth. In der Mitte befindet sich eine Scheidewand, eine Trennwand. As this piston moves in, it compresses the gas. Wenn dieser Kolben sich also nach innen bewegt, dann komprimiert er das Gas. At the same time this piston moves out to expand the gas. Und gleichzeitig bewegt sich der Kolben dann der andere nach außen und expandiert das Gas. And the heat of compression and expansion is transferred across this diaphragm. Und dabei wird die Wärme transferiert durch diese Kompression. We will go on quickly, but this is the basic unique compression mechanism that Wainwright used. Also das ist grundlegend der Kompressionsmechanismus, mit dem dieser Jacob Wainwright arbeitete. Currently my work is being promoted by the Aesop Institute. Seine Arbeit wird derzeit unterstützt von dem sogenannten Aesop Institute. Aesop Institute is looking for funding sources for me to be able to go back to work. Und man sucht Investoren um die Arbeit zu unterstützen. In here is a cat drawing of a five cylinder engine design that is made as a double bank of cylinders. Five on this side and five on this side. Also das Diagramm zeigt fünf Zylindern. Five cylinders? Five cylinders on each side. Ja, die sie auf jeder Seite befinden. It will aspirate air in from the atmosphere. Breathe air in. Die saugen Luft aus aus der Umgebung. Luft ein aus der Umgebung. And what will happen is that the air goes through processes through the five cylinders in sequence. Und dabei wird die Luft also nacheinander durch diese Zylinder sozusagen bezogen, gesaugt. Ja, also es gibt noch juristische Probleme. Also es gibt zwei Patente die angemeldet wurden, die aber beide noch nicht abgeschlossen wurden. Also das RW1 wurde, also wurden die Patentunterlagen auch vor einem Jahr eingereicht. Und dabei gab es aber irgendwie Probleme bei dieser Einreichung. Und deswegen also das ganze Patentverfahren ist noch nicht abgeschlossen. Instead, we will go on to two other main topics. Jetzt die beiden Hauptthemen, um die es geht, ist der sogenannte Preull-Effekt. Das ist der sogenannte Maxwell'sche Dämon auf makroskopischer Ebene. Also wir akzeptieren immer, dass das erste Gesetz der Thermodynamik, wo es um die Erhaltung und den sogenannten Energieerhaltungsgesetz geht. Aber fordern so etwas sozusagen das zweite Gesetz der Thermodynamik heraus. Das zweite Gesetz der Thermodynamik basiert auf der kinetischen Theorie der Wärme. Das thermische Energie besteht aus zufälliger Bewegung und Schwingung von Atomen und Molekülen. Und bei dem Zusammenprall wird thermische Energie übertragen, aber die kinetische Energie und das Momentum wird erhalten. Nach diesem zweiten Gesetz der Thermodynamik wird gesagt, dass Wärme nicht komplett, also vollständig umgewandelt werden kann in Arbeit. Und er sagt, ich fordere das, also ich stelle das in Frage und es gibt mehrere Universitätsprofessoren, die mir dazu stimmen. Sehr kurz, das ist ein grafisches Modell von Maxwell's Dämon. Das ist jetzt nochmal die Leute, die sich mit Thermodynamik auskennen, werden diese Grafik bestimmt kennen. Das ist die übliche Darstellung mit den kürzten und längeren Pfeilen der Moleküle, die sich in dem Raum bewegen und unsere unterschiedliche Wärme und Druck und Geschwindigkeit haben. In der Mitte, das ist so eine Klappentür und die wird ganz schnell geöffnet und geschlossen werden. Und zwar ohne Masse und Treibung. Also theoretisch verbraucht es keine Energielust zu öffnen und zu schließen. We have fast and slow moving particles, either atoms or molecules in here. Also wie gesagt, die Länge der Pfeile gibt sozusagen die Intensität der Geschwindigkeit. So, we open the door and a fast particle goes through and close the door. Wir öffnen diese Klapptür und ein schnelles Teilchen saust durch. The fast particle went to one side, now we are going to let a slow particle go to the other side. Since there are fast and slow particles on both sides, we now must reject the motion of the other particles. The end result of all of this sorting is hot side and a cold side by the kinetic theory of heat. Also in diesem System befindet sich auf der Linie in der linken Kammer, die kälteren Teilchen und auf der rechten Seite das warme. So, there are practical, macroscopic ways of doing this. And I do it by the Proll-Effect. Ja, jetzt geht es. Also der Web ist noch wenig bekannt. Ich habe nämlich geguckt, auf Deutsch gibt es da überhaupt keine Erklärung zum Internet. Einer wenigen, der sich mit diesem sogenannten Proll-Effekt schon speziell beschäftigt. I just read the definition. Ich habe mir das mal zusammengeschrieben. Also kurz dieser, der natürlich benannt ist, der heißt Wayne Proll. Und er war der erste, der korrekt identifizieren konnte, wie die komplexen Energieströme innerhalb eines konstanten Volumens stattfinden, durch Verdrängung und Regeneration. This is the simplistic model of the classical analysis of the constant volume process. Das ist jetzt also eine vereinfachte Darstellung von, ja, eines klassischen konstanten Volumenmodells. The uniform volume of gas only has heat going in and coming up and the pressure and temperature changes. Ja, also meistens ist es eben in einem Ausfluss, wobei dann die, womit Druck und Temperature sich ändern. This process is described by this equation. Heat q equals mass m times c sub v, heat capacity at constant volume, times the temperature delta t, which equals... q is the heat, also q steht für die Wärme, ist gleich Masse mal... Wärmekapazität... 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 ... c sub v, ja. ... a displacement of a gas from the hot side to the cold side, with regeneration. Es geht dabei, die Definition hat ich ja vorhin schon vorgelesen, also um eine Verdrängung des Gases von der... ... von der Kript- und der Warmseite. Es wurde erstmals in diesem Buch 1984 veröffentlicht, die thermodynamischen Theorie und das Engineering Design für eine Super-Karno-Wärme-Maschine. Der Karno nach dem französischen Physiker Nicola Karno benannt, der das 1924, nein gleich 1824 schon hatte, der diese Wärmeströhne in der Dampfmaschine beschrieben. This is a graphic description of the self-refrigeration side of the cold effect. Das ist eine Grafik, da geht es um den Selbstabkühlungsprozess. We start with this sealed volume, constant volume, that is heated to 50 degrees C on the top and the temperature gradient across the regenerator to room temperature, 20 degrees C at the bottom. Also in diesem System? Yes, it can be any gas. When the insulated displacer is moved up and moves the air through the system, the insulated displacer The hot air is pushed through through the regenerator and it cools. Dann wird die warme Luft durch den Regenerator geschoben. As the gas cools in it. Yes, this is a big solid insulated piston like a block of foam. No heat goes through it. No heat goes through it. Also es kann keine Wärme entweichen, weil es isoliert ist, also als ganz geschlossenes System. Wenn die Luft dann durch diesen Regenerator, der aus Edelstahlwohle besteht, strömt, dann wird Wärme dabei abgegeben. When that happens, the gas decreases its volume in this area. That is compression. And as this compresses, because this is all one constant volume, this must expand. Okay, the gas in here compresses, it decreases its volume. The remainder of the gas on the hot and cold sides out here must expand. This creates a transfer of energy, pressure, volume work, that goes... Why it is compressed? Because the pressure is compressed.